Heya! Willkommen zurück zu Pirata Concrete Jungle zum nächsten Kapitel. Beim letzten Mal haben wir das Kapitel Sacrifice gemacht. Wir machen diesmal unter anderem auch das Kapitel Dead Man Walking, aber erst gleich. Erstmal machen wir, gucken wir nach, unter Hunting Gear haben wir wieder freigeschaltet, beim letzten Mal sogar schon. Und zwar, das Upgrade der Wristblades, crafted as a mark of respect for experienced Hunters. This replaces the Wristblades cutting claws with longer and tougher variants, making the Pirata's blows more damaging. Ja, macht also den Pirata tödlicher, ganz einfach, sind halt länger und tun entsprechend, ja, haben wir ja deutlicher weh. Ähm, ja, das haben wir noch nicht schon vor, vom letzten Mal schon freigeschaltet, also vor, also vorletztes Mal sogar schon. Und ja, das wollen wir noch nachreichen. Jetzt können wir weitermachen mit, ähm, mit der Ritual Asylum, die wir im letzten Mal freigeschaltet haben. Durch die erste, die heißt New Way Ruins, ja, sind nicht so lang kurz, sind gar keine solche Missionen, wo man irgendwie, ja, irgendwie so, was bisher machen muss, ja, irgendein halt Ritual, sondern, ja, irgendwas anderes, wo es gar nicht so lang geht, laut den Zeiten, die wir hier sehen. Eine Minute, seht ihr? Es geht nur eine Minute lang, also, vielleicht lohnt es keine Folge für, würde ich sagen. Ja, machen wir es mal, was uns hier erwartet, ich weiß es nämlich nicht genau. Get to the checkpoints before the time runs out. Each checkpoint you hit will increase the amount of time you have. Ah ja, Zeitrennen. Checkpoint rennen, na super. Was ist das denn? Was hat denn der Pirata mit Rennen am Hut? Ich dachte, der soll jagen. ... jetzt geht's nicht hoch, ja, 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 ja. Geiß grad. So, ok. Ja, aujourd' eu habeitive ist voll rechtick. Da geht's da lang Ja, da geht's rüber. Das war jetzt falsch, oder? Nee, komm wieder hoch. Ja, wir haben es geschafft. Ritual complete, Challenge complete in 1 minute 8 seconds. Das hätte auch besser sein können. Aber egal, wir haben es geschafft, das erste Ritual. Dieses, dieses Let's Plays. Ja, da sind wir in so einer Zeitrennen. Ich dachte deswegen, irgendwelche Rituale, wo man irgendjemanden töten muss. Unter irgendwelchen Bedingungen oder sowas. Das habe ich mir fast gedacht. Über eine Minute haben wir gebraucht. Es ist nicht so eine Zeit hier. Also 50 Sekunden, das heißt perfekt durchkommen. Aber wir haben es geschafft. Wir können da jetzt wirklich mit dem Kapitel weiter machen. Und zwar wie gesagt, Deadman Walking. Da würde ich sagen. Hier. Los geht's. Die Verkunft sind im Kopf. Die Verkunfts der Bedingungen auf dem Kopf. Die Verkunftszeiten sie anestetisieren. Die Verkunftszeiten sie anestetisieren. Und sie benutzen ihre Nervasen Systeme. Die Verkunftszeiten sie ansteilen. Die Verkunftszeiten sie ansteilen. Sie glauben in nichts. Sie leben, um zu hochzunehmen. Auf dieser Stelle, sie haben die Fehler gemacht, um zu tunen Black Market Prometheus-Tekweapons, in den Laboratorien der Milcher-Familien. Oh, oh. Oh, oh. Even the fiercest Hunter needs a camp to come back to. The devil's plan brothers must have had their option. Still hidden somewhere in our city. And with doubtless, they've left tracks for one of their kind to follow to their home. And if ever they got lost in this concrete jungle. Oh, yeah. To needlessly panic the herd is a sign of a careless hunter. A century ago a moment's exposure and hesitation had let the prey turn on the predator with all that followed. This time the rules of the hunt must be obeyed. Stay out of sight until the time is right to strike. Then do so with a ruthless purpose. Take only the rightful prey. This armor is worse than death. Move well or die. Oh, yeah. The devil's plan should be maintained and the rules of the hunt should be maintained. That means you should not be seen. And you should only kill the right ones. That means you shouldn't have to mess up all of them because there are sins. of course there are sins. Yeah, good. Locate the beacons. Our mission sale. There are three beacons located in the area which will lead you to the ship of your fallen clan brothers. Locate all three using your tech vision and activate them. The first time I have I won't see. I was in front of a window. There There is nothing to see. That part. That part. There is also a link in your car. Also it could not be so difficult to find. But here also even the other time. But here you can still find the enemies. The if you will not find. There you'll never be able to find. We will have to see the enemy now too. Now again it will be. verfolgen dass man nicht weiter nicht nur das wechseln nördlich um startung soll nämlich das erste sein zu machen ach da sind sie durchschuhen ok Okay. Ach vielleicht bringt er auch mal so drauf. Voll erwischt. Kann ich auch machen. Kopf abreißen. Ja, so kann auch gehen. Habt ihr was? Jetzt kann man die Dinger hier mal nehmen. Das ist das Nebenziel. Eines davon. Oh. Das geht ja. Wird aber auch wieder nicht angezeigt. Ist ja ein bisschen blöd. Aber auch kein Hinweis, dass das Nebenziel ist. Das ist wieder blöd. Da ist was, um zu sammeln. Da gibt es was zu sammeln. Ah, hier ist Peergun 5. Ja gut, können wir ja welche mitnehmen. Zehn hat doch. Zehn hat, können wir doch. So, rennt hier ja keiner rum. Also können wir da... Oh, das war's. Der war fast tiefgegangen. So, hier müssen, wie gesagt, die Geräte eingehalten werden. Der Jagd. Das heißt, die müssen uns getarnt fortbewegen. Ahhhh. Okay. Oop. Meiling charge full. So, mal gucken her. Wie sieht es damit aus? Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Dead man. Soldier. Mind altering narcotics detected. Hostile. Oh ja. So. Wir müssen da jetzt rüberkommen, ja? Ohne, dass wir gesehen werden. Weg. Jaaaa. Komm ich da jetzt hoch? Na, so geht's. So geht's. So geht's. So, ich hab uns nicht gesehen. Wollen wir noch mal das Teil hier. Das ist der nächste schon. Wir sollten uns jetzt mal zurückgegeben. Irgendwie unter Drohengesetzt hier. Warum auch immer. Eine Ahnung. So. Machen wir das mal. Wir müssen ja hier nicht, wir müssen ja hier nicht grundlos abmetzeln. Müssen wir ja nicht mal. Upp. Wo war das jetzt hier, ne? Ja, aber hier ist es schon. So. Okay. Die Überziehung muss ich bei uns momentan nicht. Was ist denn das? Wie sieht die Verte in die Kirche? So, wo ist jetzt der letzte? Oh, laut Radar oder oben irgendwo. So. So. Ja. Da oben. Ups. Irgendwo da oben laut Karte. Da ist er doch. So. So. Ach so. 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 Okay. Units. Units. All units. All units. We have an ambulance being raided for drugs in Orsini Green. Be advised. This is not a police zone and no unit should respond to emergency calls from this area. So. Stop the supplies. Make sure none of the stone supplies make it into the dead man network. Kill all the supply carriers before they leave the streets. Okay. Ja. Mal los, ne? Ich drehe mich alle mal getrost. Wir rennen jetzt mal da einfach. Ziele drehe ich da hin. Guck, okay bin ich da. Guck mal da. One of one of four. Ja. Wir rennen natürlich auch. So. Okay. Einfach hinlaufen. Da ist er. Das war jetzt brutal, hm? Ja. Woher geht die Energie alle? Ja. Das war's. Darmstil. A shipment of weapons has been stolen by the Jivelin Pack 9. The dead man want them and have set up a meeting. Make your way to the exchange. Ich muss mal kurz gucken hier. Wo muss ich wo ist die Energie? Irgendwo da vorne. Irgendwo da vorne. Irgendwo da vorne. Wo soll das sein? Aber hier dürfte nicht gesehen werden. Das war schlecht. Fängt da. Da oben. Ja. Da könnte vielleicht richtig sein. Irgendwo hier. Ab da. Huh. Wenn wir nicht gesehen werden dürfen. Ist das mir blöd. So. Okay. Ähm. So. Muss kurz was schauen. Okay. Und wieder hinlaufen, ne? So. Mal hier lang. Hallo. Da oben. Ich glaube das ist hier schon. Ich glaube das ist hier schon. Das ist hier. Ist das jetzt schon ein richtiger hier? Ja. Ich glaube das ist schon mal das eine. Ja. Das ist die Upgrade Awarded. Das Polo ist ein bisschen komplett. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich glaube hier bin ich nicht richtig. Oh. Nichts. Doch da. Ich glaube hier bin ich nicht richtig. Guck mal an. Ich bin einfach voll. Aber da ist es so interessant. Combi-Stick Upgrade. Abordet. Das war's doch schon. Haben wir einen Combi-Stick Upgrade. Und Energie Upgrade auch. Gut. So. Dann sind wir wieder hin, ne? Wo ist es komplett? You destroyed two crates of stone weapons technology. You have been awarded the Energy Upgrade. Da wird auch nicht so reinformiert. Na echt. Das ist dieses Spiel. Man muss. Das einfach so wissen. Man muss das gucken. Man muss alles abgrasen. Das ist echt übel. Samstil. Das schreibt man nicht auf. Das habe ich eben gelesen. Okay. Aber ich wollte noch mal sicher gehen. Dass ich gelesen habe. Ah. Wo ist eigentlich die nächste Energie? Was soll das denn sein? Hier vorne. Dann nehmen wir gleich mal. Dann haben wir 133 Energie. Das ist doch cool. So. So. Stopp's Arm's Deal. Kill the Juvenilina, ne. The Juvenils. Und das Deadman versucht die Weapons zu kaufen. Oh Also Okay, jetzt hier die Mugging Äh, Juvenile Drug Dealer has straight into Deadman Territory Go to his patch and witness the gang mutilation Ich bin hier hinterher Äh, vor allem den Weg auch finden Daher kommen Ja, rennen wir jetzt hier richtig schnell hinterher Da wo die jetzt hin Ach, ich wollte da jetzt hoch, verdammt Oh ja I need the money Damn punks, this is daylight robbery Money now You can't do this to me Alter Need money Take money Okay Kill the Muggles Kill the Muggles Kill the dead man who dished out the beating Good Ähm Bevor ich das mache Boah, warum ist das nicht gesehen? Wenn jemand so schreit, ich würde da gucken, aber egal Oh ja 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 Enter the church Head for the church and record the password to gain entry Look for the drone with the icon above his head Lock on to him in first person and remain locked on through all the conversation. Once he has entered the church, use vocal Mimikai to enter. Where should that be? What? I think we should... Let's go up there. Why should I be here? Recording a password. Ah. The game had the same idea as I am now. In order to record a password, you need to find the gang member with a vocal Mimikai icon. Above his head. Follow him to his destination, then log on to him in first person and wait while he sheds. If you have been successful, he will enter the church and you will have recorded the password. After... After switching... ...lobig center. After switching to vocal Mimikai, approach the door. Log on to the vocal Mimikai icon in first person and play Payback's password in order to gain entry. Aha. So. Go. ... ... I love her. Come back, when you are making sense, Chunky. Bring out your death. Ich hab sie ja nicht erstanden. Was wollte der jetzt? Ich hab keine Ahnung, was der eigentlich wollte. Gut, ähm... Gain entry to the search. Use the password you just recorded to gain entry to the search. Log on to the door and play back your password. Ja gut, äh, haben wir hier hingekriegt. Äh... Wo war denn das jetzt hier? Medi-Chrome, ach, Mokel-Mimikoi, da ist es. So. Dann würde ich mal sagen, wir gehen da direkt hin. So. Bleib out your death. The trail that here, to an abandoned church, where the dead men lost themselves in drugs and moors. Little did they know that their choice of sanctuary would be their own death. Das war's, wir haben es hingekriegt. Ja, ging ganz gut diesmal. Äh... Ja, wir haben es hingekriegt, hat tatsächlich gesagt. Das war's mit... Poeta Concrete Jungle für dieses Mal mit diesem Kapitel. Ähm... Natürlich will ich das beim nächsten Mal erst machen. Ähm... Ich hoffe ihr hattet Spaß daran. Ähm... Denkt mir immer an die Kommentare und an die Bewertungen. Ähm... Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ähm... 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 Speakerjä Ähm...